Jawohl, sehr wichtig. So, Rössi, Fülle machen wir so, oder? Ja, ja, bitte schön. Kommen Sie weiter, bitte? Ja. Ich persönlich bin ganz froh, dass die Mauer nicht mehr da ist. Und ich würde nicht gerne in so einem Staat leben, wie er damals war. Deshalb, ja, ich mich freue, dass man das hier so originalgetreu darstellt. Aber ich mich auch noch mehr freue, dass ich in einem freien Staat leben kann, wo ich sowas genießen kann. Hier gibt's nur ein Kino. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Das kann manieren.